Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und im Hintergrund seht ihr heute mal ein Liga-Gameplay, wo ich fast einen Nuklear erspielt hätte. Das wäre richtig krass gewesen, aber ich bin dann ziemlich bitter gestorben, weil ich dachte, der Gegner ist irgendwie hinter mir. Aber ich finde das Gameplay trotzdem richtig cool zum Anschauen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und heute machen wir mal den fünften Part vom FAQ. Ich habe gerade eben einen Facebook-Post rausgehauen auf meiner Facebook-Seite, die übrigens oben in der Videobeschreibung verlinkt ist. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich würde mal sagen, los geht's. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Wie spielt sich dein SCUF? Am Anfang, Leute, hatte ich übelst die Probleme, mich mit dem SCUF-Controller einzuspielen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Vor allem, als ich bei Marcel war. Ich hatte irgendwie gar keine Hände mehr, kein Aiming, kein Movement. Einfach gar nichts. Aber mittlerweile komme ich übelst gut mit dem Controller zurecht. Macht auf jeden Fall übelst Fun, mit dem zu zocken. Und ja, ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, einen SCUF-Controller sich zuzulegen, wenn man halt so ungefähr 10% besser werden möchte. Flo fragt, was denken deine Freunde, Verwandte und so weiter, dass du YouTuber bist? Meine Freunde, meine Familienmitglieder, meine Bekannten, eigentlich alle unterstützen mich dabei, dass ich YouTube mache. Natürlich, am Anfang wurde man ein wenig ausgelacht, als man so 50 oder 100 Abonnenten hatte. Aber mittlerweile habe ich mir ein riesiges Publikum aufgebaut, Leute. Mittlerweile schon über 50.000 Abonnenten auf jeden Fall. Danke an euch. Warst du schon mal im Camp Nou? Leider war ich noch nie im Camp Nou, Leute. Obwohl ich ja ein übelster Barca-Fan bin, deshalb heiße ich ja auch Vizca Barca. Vizca ist ja Katalan und heißt Hochlebe. Und es sagen eben immer die Fans dort. Aber ich war dafür, Leute, im Rivalenstadion sozusagen, im Santiago Bernabeu in Madrid. Wir haben dort auch damals eine Stadiontour gemacht. Und da bin ich auch mit dem Barca-Trikot reingegangen ins Stadion. Und da waren so Madrilenen, sage ich mal, hinter uns. Und die haben dann so geschrien, ey, der Katalane darf hier nicht rein. War auf jeden Fall eine ganz lustige Aktion. Kevin möchte wissen, wenn du eine Million finden würdest, was machst du damit? Ich würde auf jeden Fall nicht alles sofort ausgeben. Weil viele machen den Fehler, wenn sie mal im Lotto oder so gewinnen, dass sie sofort mit Geld um sich werfen. Aber ich würde wahrscheinlich irgendwie die Hälfte oder so auf die Bank legen und die andere Hälfte ausgeben. Also ein Auto kaufen, ein Haus, halt das Übliche. Würdest du zur Optik gehen, wenn du könntest? Das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, Leute, dass so etwas eintreffen wird. Aber wenn man sich das so vorstellt, irgendwie mit Scampi, mit Nature oder mit Clayster in einem Team zusammenzuspielen, das wäre natürlich schon überkrass. Muster verfragt. Welche Monitorgröße kannst du empfehlen? Was ich euch auf gar keinen Fall empfehlen kann, ist, dass ihr auf einem großen Fernseher zockt. Was weiß ich, 42 oder 50 Zoll. Das ist auf jeden Fall viel zu heftig wegen der Verzögerung. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr auf einem 24 oder 27 Zoll Monitor zockt. Aber Leute, mein Equipment ist sowieso immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt es euch gerne anschauen, falls es euch interessiert. Was würdest du tun, wenn deine Mutter dir die PS3 wegnimmt? Um ehrlich zu sein, habe ich über diese Frage auch schon öfters nachgedacht. Aber meine Mutter ist da eher weniger streng bei so etwas. Aber natürlich, falls so etwas passieren sollte, werde ich sofort versuchen, mir eine neue PS3 zu besorgen, um euch eben weiter mit, ja, guten Gameplays zu versorgen. Kommt mal ein Abo-Treffen in Bayreuth. Viele von euch wissen gar nicht, wo ich wohne. Und zwar, ich wohne in Bayreuth. Das ist so 80 Kilometer von Nürnberg entfernt, also in Bayern. Also ich weiß ja nicht, ob es sich lohnt, überhaupt hier ein Abonnententreffen zu machen. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben von diesem Video, ob ihr in der Nähe von mir wohnt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Und schon die letzte Frage. Schon mal Drogen genommen? Nein, Drogen habe ich noch nie genommen, Leute. Auf jeden Fall Finger weg davon. Natürlich Drogen im Sinne von Alkohol oder so, habe ich schon mal ausprobiert oder ab und zu eben. Aber am besten Finger weg von dem ganzen Zeug. Ohne Scheiße, es schadet euch nur eurem Körper und eurer Gesundheit. Also am besten Finger weg davon. Das war's dann auch schon mit dem heutigen FAQ-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, auch für das Gameplay im Hintergrund. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.